Hi und Hallo zu ESB Insight, dem Partner-Magazin des ESB-Netzwerks und mein Gast in der heutigen Folge ist Serge Grand von Groupe Mutuelle. Hallo Serge. Hallo Timo. Was ist Groupe Mutuelle? Was macht ihr? Was müssen wir uns vorstellen? Groupe Mutuelle ist eine Schweizer Versicherung im Bereich Personenversicherung. Wir sind hauptsächlich bekannt als Krankenkasse oder Krankenversicherung, haben aber auch noch Lebensversicherungen und decken den ganzen Bereich Unternehmen ab. Was genau machst du bei der Groupe Mutuelle? Also meine Funktion bei der Groupe Mutuelle ist, dass ich Leiter, Sponsoring und Events bin. Deswegen bin ich auch heute hier, denke ich mal. Was habt ihr für Projekte im Sponsoring und Event? Sponsoring Event ist so, dass wir uns eigentlich den Breitensport verschrieben haben. Also wir setzen bewusst nicht auf Spitzensport, sondern auf Breitensport, damit möglichst jedermann daran teilhaben kann. Hauptsächlich sind wir im Laufsportbereich tätig. Das heißt also, wenn man jetzt sich im Bereich Breitensport aufstellen möchte, wenn man da etwas machen möchte, seid ihr durchaus ein richtiger Ansprechpartner. Du, in diesem Fall. Ja, ist halt immer ein bisschen eine Budgetfrage am Ende des Tages. Gut, das ist es ja meistens. Wie erreicht man dich? Also ich gehe mal davon aus, du bist der Ansprechpartner dann bei der Groupe Mutuelle. Ja, man erreicht mich eigentlich ganz einfach über E-Mail, Telefon. Meine Kontaktdaten stehen auf esbonline.com. Wir sind dort aufgelistet als Partner. Eigentlich ganz einfach zu finden. Ansonsten, Google hilft immer. Und als Partner hat man über uns ja vielleicht auch nochmal einen besseren Zugang zu euch. Genau, genau. Alles klar. Vielen Dank, Serge Grand von Groupe Mutuelle, dass du heute auch bei uns warst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe bis in zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge von ESB Inside. Ciao. Musik 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 Musik